Ahoi, liebe Piratinnen und Piraten! Als Teilnehmer am Bundesparteitag in Heidenheim habt ihr vermutlich eine solche E-Mail erhalten. Darin entdecken wir eine Einladung zu einer Diskussionsplattform, mit der wir uns auf den Bundesparteitag vorbereiten sollen. Wie soll denn das funktionieren? Ich will es euch hiermit zeigen. Ein Klick auf den Link führt uns zum Anmeldebildschirm. Ich suche mal für uns den Namen Muster Pirat aus. Und schon gelangen wir hier zu der gefürchteten Liste an Anträgen für den Parteitag. Die Reihenfolge entspricht momentan den derzeit vorgeschlagenen Tagesordnungspunkten. Ich kann aber auch einfach umsortieren nach den derzeit abgelehnten Punkten, die kommentierte Punkte oder einfach alle Anträge alphabetisch anzeigen. Auf der rechten Seite sehen wir ein Stichwortsystem, mit dem wir uns schnell in bestimmte Themengebiete einarbeiten können. Gucken wir doch einfach mal bei der Konkurrenz vorbei. Ein Klick auf den Titel führt uns zu der Diskussionsseite zu diesem Thema. Aha, hier will also jemand Liquid Feedback abschalten. Aber ich denke, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also sind wir mal dagegen und hinterlassen einen Kommentar. So, kehren wir nun zurück zu der Liste aller Anträge. Ich sortiere mal nach Veränderung und wie wir sehen, unser Werk zeigt sich hier oben. Naja, sonst ist halt noch nicht so viel los auf dieser Plattform. Mit einem Blick auf unsere Gesamtgewichte können wir nochmal sehen, welche Stimmen wir vergeben haben. Ich kann auch weitere Themen natürlich sofort hier bewerten. Auf dieser Liste zum Beispiel kann ich sagen, hier bin ich auch dagegen und kehre zurück zur Liste aller Stimmen. Hier kann ich meine Stimmgewichte nochmal aneinander anpassen und angleichen. Wer ein bisschen Erfahrung hat, eine Strategie spielen, wird sich hier sehr schnell zu Hause fühlen. Nun, schauen wir mal zu unseren Mitspielern rüber. Ein Klick auf die Gruppe zeigt uns alle Piraten. Ich kann auch diese Piraten wieder sortieren. Zum Beispiel nach freundlichen Piraten. Oder hier nach bösen Piraten. Oh, hier ist ein Pirat besonders böse. Schauen wir mal an, was wir ihm angetan haben. Hier rechts sehen wir die Stimmgewichte verglichen. Das sind unsere Gewichte und das sind die Gewichte des bösen Piraten. Aber vielleicht ist der Pirat gar nicht so böse und wir können ein bisschen freundlich zu ihm sein. Zum Beispiel, indem wir ihm etwas Präferenz geben, dann passen sich unsere Stimmgewichte den Gewichten des Seinen an. Je stärker ich diesen Piraten Gewichte, umso freundlicher wird er und auch umso größer wird sein Emoticon. Durch die Größe kann ich immer wieder schnell erkennen, wer wen ich mir als politisches Vorbild ausgesucht habe. Fitterer werden schon erkannt haben, dass man sich auch gegenseitig delegieren kann und sich so gegenseitig annähert, bis man einen gemeinsamen Kompromiss findet und sich vielleicht so auch im wirklichen Leben etwas einiger wird. So, das Wichtigste hätten wir geschafft und treten wir also die Heimreise an. Ein Klick aufs Logo oder ins Menü zeigt uns unser geballtes Werk. Wir haben zwei Anträge bewertet und wir haben uns ein Vorbild gesucht. Der Liquidizer garantiert völlige Datenhoheit. Mit einem Klick ins Profil können wir mit einem Klick alles löschen, was wir hier verbrochen haben. So, nun freue ich mich auf euer Feedback. Rechts unten auf jeder Seite findet ihr einen Link im Piratenpad und ich hoffe, ihr tragt hier ein, was euch gefällt oder was euch nicht gefällt. So, damit sage ich Leinen los. Wir sehen uns in Heidenheim. Wir sehen uns in Heidenheim. Untertitelung des ZDF für funk, 2017